Was stimmt bei denen nicht? Duble Guardia 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 Die machen halt einen auf Dolyac Da machus dachtus sunus Ist mir egal Ach, wozu machen sie? Die spielen jetzt die Dolyac-Meta ohne Mindstecks Dolyac-Meta ohne Mindstecks What the heck? Okay, ich sehe gar nichts Ich sehe einen, einen Thief Einen Thief und einen Guardian Ich habe den Guardian markiert, beide kommen zum Clocktauch Ich bin schon oben, also danke Der Thief kommt zur Windmill Ey, die kommen nicht hoch, die kommen beide nicht hoch Ich habe eine Ruhe in der Mitte Also Aluka, du kannst... Ach, jetzt kommt eigentlich einer hoch, ein Krieger In den Guardian Und der läuft natürlich voll gegen meine Wand Lol, die haben keinen am Trebuch stehen Es geht da ab Ach, da war noch Stability, hab ich nicht gesehen Es kommt zweiten Trap Der IG und noch etwas Aluka, von mir aus kannst du ihm helfen gehen Zum Trap Was? Der Messmer ist hier Okay, Menschen ist safe Thief ist gemorrt Ist irgendwie gestunt Lol Okay, komm zum Trap Zu unserem Trap Oh na, unser Punkt ist die Captain of God Down, wir haben hier Mord Also deren Guardian will die ganze Zeit mit mir spielen Unsere Guardian rennt mit mir hier in einem Clocktauch im Kreis Und auf mich ist Das war doch gar gleich, oder? Oh, jetzt ist es ruhig, wenn ich selbst rumgeschmissen Ich habe jetzt keinen Bock mehr das Trap zu killen Ich geh jetzt in den Guardian Mein Guardian ist abgehauen Er kommt Richtung den ihr Trap... ne, unser Trap Richtung unserer Trap Oh, da ist ein Sieve gekommen Okay Ich werde den Menschen helfen Also ich versuche... Vielleicht seid ich ein bisschen mein Guardian Ach, hier ist mein Guardian Der läuft in unsere Base rein In unsere Base Ich hab den Engine runtergeschossen Der steht vor unserer Base Und wird... jetzt läuft er Richtung Menschen Achtung Guardian Von der Mitte in Richtung Menschen Okay Soll er ruhig kommen Der kann aber gar nichts Er ist nicht gut Der weiß nicht mehr, dass man ein Waffenset switchen kann Hehehe Okay, LOL LOL Ist das squishy Okay Der Engine ist durch den Volt Damage Bin ich drauf Dein Dieb ist in der Mitte Bin mal gespannt, was der kann Menschen ist safe Hab ich noch nen Guardian in der Mitte Bist du das in der Mitte? Jaja, ich bin das Ich geh immer noch auf den Ziel Ach, der Engine war im Downs sind Du hast ihn runtergeschossen Und dann war er tot oder was? Die sterben dann ins Land Hm Die gehen hin? Keine Ahnung Du viel vor Gegner Oh, Punkte Haha Nein, erst weg Ich mach' den gar nicht Ich hab's denn geplant Warum bekommen wir auch Keilo immer die schlechteste Gegner? Ich weiß auch nicht Aber irgendwie nehmen die unsere Wind mit ein Okay Ihr Noobs, die Amateure Oissig, was ist hier gesagt? Punkte auf der Windmeld? Punkte auf der Windmeld? Punkte auf der Windmeld? Auf der Menschen läuft Punkte Auf der Menschen laufen Punkte Three Points Im Guardian auf der Menschen Ich werd mal die Menschen halten Wenn ihr dazu nicht in der Lage seid Okay, dann Bring dem bitte 10% HP und wann ich herkomme Bring's mir Punkte Ich bin ein Guardian Vor allem sind hier zwei Stück Du kannst dir doppel Drei Punkte Dreimal Punkte abholen Aber wenn du so in Tripoli schießt Dann Krieg ich alle Punkte für mich Ich hole die Punkte Okay Herr, you're up You're key We're Wieso hab ich eigentlich so viel Lime? Wieso hab ich eigentlich so viel Lime? Da hab ich vier Leute auf der Menschen Oh, 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 vier Punkte Das gibt nicht Punkte Vier Leute Und die lassen sich immer treppen 60 Punkte Oh mein Gott Oh mein Gott Emil Aui Bitte nicht aufstechen Oh nein Bin grade in meiner Ulti Bei vier Leute wusste ich nicht Ob ich auf vier Leute hole Irgendwanns kommt zu mir Oh, ich drück einfach mein Ulti durch Das passt schon Ich hab noch 700 Leben Ich drück einfach mein Ulti durch Okay, die du nicht finischen Bevor wir ihn Punkt haben Das bringt nämlich dann mehr Punkte Mein Trap wird vielleicht auch uns sein Okay, sehr gut Jetzt finischen Äh, wieso gibt es jetzt mehr Punkte? Ja, wer nur Point Defender Bonus kriegt Hahaha 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 Wir dauern gleich so fast Wir nehmen Point Ihr seid doch Ich gebe jetzt das Trap schon auch gerne Guck mal die Zappeln noch Ich nütze die Spielmechanik ständig aus Man kann sogar 25 Punkte per Kind kriegen Wann man Wann Wann Deswegen bist du auch am 40 Deswegen bist du am 40 Jetzt rennt die alle vor dir weg Hier ist noch ein Guardian Wann rennt ihr den weg? Ah, da vorne gibt's Doppelpunkte Jetzt stand dich nicht, du blöder Guardian Oh, hab Ich will Bauchpunkte Ich will Bauchpunkte Da läuft noch ein Messmark Ich will das nicht die Boah, die schießen auf meine Position Schieß du auch mal Hier gibt's dreimal Punkte Das ist der Alucard-Account Hier ist ein Garten in der Mitte Hm, ich ess grade Erntes noch zu zäh Ja Kannst du euch weitermachen? Ich kümmere mich um den Ich kann hier im Übers-Trimrock nehmen Wieso bin ich eigentlich getargetet? Ja, im Übers-Trimrock und so Der war irgendwie voll scheiße Ja, damit ihr immer was Um meine Meldwixen Immer weiter essen Hahaha, du bist nicht verarsch Achja, das Das Trap ist irgendwie ganz überflüssig Hä, wieso krieg ich für den keine Punkte, verdammte Kacke? Nö, die kriegt Damage gemacht Moment Ich hab die Punkte gemacht, alleine Ey, das geht nur Das Trap steht ja Ich spiel grad einen Roma-NG Oh mein Gott, das schickt mich Du schießt auf mich mit Trebuchchen Da, guck mal Du guck deinen Job und laufst das Ding da Das Repair-Kit Und lass mir meine Kills Ah, Leute, der ist grad vom Trebuch hier wieder weggegangen Okay Oh nein, no nein, no nein, no nein Schaut пять Ok, da gibt's Punkte Guck mal, da aus in Sie Hahaha Nachher Slain-Send finde ich ja Ach, ich weiß Da wird jetzt nicht mal wegzustoßen Ich glaub ich brauch bei dem Gegner nicht mal Send to Crown Oh, weil, Paul mal da oben Paul mal, Paul mal, Paul mal Paul mal, Paul mal Wo, wo ist uns das Target? Das ist Made's X-Arch 15 Punkte fürs Trebuch Ich spiele gerade mit einer Hand und das ist dann viel Herausforderung. Du halt die Hand aus der Hose, die andere und spiel wieder. Du hast die andere Hand aus der Hose nicht und spiel. Ey, wieso haben die unsere Windmill? Was geht? Ich geb mal Stand to Crown. Wieso haben die unsere Windmill? Warte, wir machen die anderen Punkte mit Kills, ja. Wieso haben die unsere Windmill? Weil wir die anderen Punkte mit Kills haben, was noch gehört. Nein. Neue Meter. Neue Meter. Hast du den Patchout nicht gelesen, dass man jetzt die restlichen 500 Punkte mit Kills machen muss? Ja. So Windmill steht nicht mal jemand. Ich wollte jetzt jemand töten. Wo sind die denn? Keine Ahnung. Euer Mist sackt. Euer Mist ist richtig schlecht. Der Mitte sind die. Sorry, dass man Mist sackt. Ey, das ist ja eine Katastrophe über euch. Menschen ist mindestens einer. Und ich will in der Mitte noch Punkte haben. Und ich will in der Mitte noch ein bisschen holen. Hallo Cack. Der regt sich mal nicht rein. Punkte auf den Menschen. Ich mach Autor, das reicht. Die Wir sind nur zu viert. Ich wollte nicht lieber was schön Rassistisches hören von Galileo. Von Bell klärt auf. Ja.